Hallo zusammen, grüßt euch. Ja, Herr Dominik und ich, wir möchten euch gerne das nächste Auswärtsspiel von uns ankündigen. Wir spielen nächste Woche in Groschweidnitz gegen den SC Groschweidnitz-Löber. Ja, es erwartet uns ein sehr schweres Spiel. Es geht immer noch um den Abstieg und wir hoffen auf viele tolle Zuschauer, die uns da unterstützen. Am 15 Uhr geht's los, steppt der Bär in Groschweidnitz und wir geben Vollgas und freuen uns auf euch. Genau, und falls jemand nicht so weit fahren möchte, weil er aus irgendwelchen Gründen nie so weit fahren kann, der könnte nach Friedersdorf kommen am Samstag, 14 Uhr als Anstoß zum Derby. Schöner Wärtsdorf gegen den LSV, Friedersdorf, Spielgemeinschaft Gerstdorf, genau. Also es ist ein Sport frei, ne? Waren vender uns in guter Et assim. Wie lange war das erste Mal weiß das zweite Mal weiß, nie? Wie lange war das erste Mal im Deutschen TourINDER in Brinsmann. Wie lange war das erste Mal aus dem geflozen? Schöner Wärtsdorf? Hier nie Boleh war das Begrütmittel. Die Braой des Te oversell den Dollar leaks. també ist es ein 애gemoniBoy. Die Brauermee der Tür. Untertitelung des ZDF für funk, 2017